So, und wenn ich jetzt aber wieder ganz nach innen gehe, dann geht es wieder um diese inneren Stellschrauben. Weil angenommen, du weißt, die wird das Denken ja abgenommen. Die Eltern sagen dir, was du zu tun hast, der Kindergarten, die Schule, dann die Ausbildung und die Uni. Und dann bist du, wenn es dumm läuft, irgendwie Ende 20 und hast noch nie, noch keinen einzigen Tag in deinem Leben gearbeitet und hast wirklich gelernt, worauf es ankommt. So, und dann stehst du in irgendeinem System und dann sagt dir der Chef, jetzt mach das, jetzt musst du hier das und das und das und das. Und die Leute sagen, ja geil, am Ende des Monats kriege ich ein bisschen Kohle überwiesen, danke schön für den Job. So, und dann bist du genau in diesem scheiß Hamsterrad, von dem du sprichst. Hallo Leute, willkommen zum Business Talk der Investment Punk Academy. Heute habe ich zu Gast den Stefan Fedrich. Stefan ist Gründer von Gedanken tanken, auch bekannt von den Rednernächten, wo ich auch schon mehrmals war. Und wo eben, nehmen wir mal 10 oder 8 Vortragende, jeweils so 15 bis 20 Minuten vortragen. Einmal gab es noch eine Rednernach, glaube ich, mit Barack Obama, aber aus dem Ganzen ist ja mittlerweile ein ordentliches Unternehmenskonstrukt geworden. Und darüber möchte man heute sprechen. Der Stefan hat auch teilweise sehr konträre Ansichten zu mir. Ist auch recht lustig, er fährt ein Wohnmobil, ich fahre ein Elektrofahrzeug. Stefan und Immobilien, ist so okay, glaube ich, aber ich liebe sie. Das heißt, wir werden sicherlich eine spannende Diskussion haben. Hallo Stefan. Hallo, servus Gerald, grüß dich. Erzähl mal von dem, was du so alles aufgebaut hast, wie sich das so von Anfang an entwickelt hat, weil von deinen Anfängern, glaube ich, bei meinem Kino in Köln, glaube ich, mit ein paar hundert Leuten, ist dir das mittlerweile ein erhebliches Unternehmen geworden. Genau. Also im Prinzip, ich muss noch ein bisschen vorher anfangen, weil eigentlich bin ich von meiner Historie her ja Arzt. Also ich bin eigentlich Überzeugungstäter, ich war in der Psychiatrie tätig. Einer meiner tiefsten Antriebe ist, dass Menschen ein anständiges Leben führen. Und ich bin über so ein paar Umwege in diese Trainings- und Coachingbranche gekommen. Und das macht man eine Weile einigermaßen erfolgreich. Und dann kam irgendwann mal so der Punkt, wo ich dachte, was ist denn so der nächste Level? Also was ist der nächste Level, um möglichst viele Menschen zu erreichen? Und das war das Jahr 2012. Damals, YouTube gab es zwar schon eine Weile, aber es gab noch niemanden, der so eine Art Speaking-Plattform im deutschsprachigen Raum gemacht hat. Und wir haben uns damals überlegt, also wir waren damals noch ein ganz kleines Team mit drei Leuten. Wäre eigentlich schön, wenn wir so weggehen würden von der einzelnen Person, Stefan Friedrich oder vom einzelnen Speaker, hingehen würden zu einem System, wie schafft man ein Format aufzubauen, was möglichst viele Leute erreicht. Und das war am Anfang, war das einfach erst so ein, das war eigentlich einfach Versuch. Wir haben damals das erste Theater vollgekriegt mit 350 Leuten, einfach in unserer eigenen Liste mal ein bisschen beworben. Und die erste Rednernacht war tatsächlich mit 14 Rednern. Und das waren 20 Minuten und das war tierisch heiß und das war viel zu lange. Das war eigentlich ganz, ganz, ganz anstrengend. Aber es hat sich gut angefühlt, weil die Grundidee ist, wie kriegst du verschiedene Menschen auf die Bühne, die zu verschiedenen Themen reden, mal lustig, mal was Ernstes, mal Business-Themen, mal Privat-Themen, Männer, Frauen, alt, jung. Einfach sozusagen eine Art intelligentes Abendprogramm, intelligente, irgendwas, was Menschen weiterbringt. So, und das war 2012. Wir haben jetzt über die Jahre hinweg ein Unternehmen aufgebaut. Mittlerweile stand letzte Woche, glaube ich, 83 Mitarbeiter. Und allein wir in den letzten Monaten, wir haben im November die Köln-Arena mit 15.000 Leuten vollgemacht, waren dann ein paar Monate später mit Barack Obama. Innerhalb von sechs Wochen haben wir da 14.000 reingekriegt in München. 10.000 in der Olympiahalle und jetzt sind wir bald wieder im November in der Köln-Arena und werden da wieder 15.000 Leute haben. Also, unterm Strich, das ging nicht von heute auf morgen, aber ich glaube, dass es einfach an der Zeit ist, dass man gute Inhalte zur Welt herauspustet. Und ich glaube, dass auch die Zeiten vorbei sind, wo Menschen sich nur einzelnen Gurus anschließen sollten, sondern dass es einfach um ein System geht. Dass man eine Art neue Medienlandschaft mitgestaltet, dass man eine Art Plattform schafft, wo Leute Bock haben, sich mit guten Gedanken dann vollzufüllen. Also, das ist so die Grundstory im Prinzip. Ich meine, dass du viele Leute erreichst, aber verdient man mit solchen Massenevents auch ein Geld, oder ist das sehr schwierig? Nein, und das ist genau, das muss man verstehen. Also, diese ganzen Events, im Prinzip, das ist eine Art Liebhaberei. Und das ist am Anfang, haben wir unheimlich viel Geld in die Events reingesteckt, haben aber verstanden, dass es einen Marketing-Power hat. Also, unser Markenaufbau hat dadurch stattgefunden. Wir erreichen eine gewisse Bekanntheit. Der Podcast ist immer sehr, sehr gut gerankt. Und lukrativ, natürlich, wenn du 15.000 Leute da in der Arena hast, sowas, da verdienst du schon Geld. Aber der eigentliche Business Case ist das, was dahinter stattfindet. Das ist ja wie ein, also wenn du es von der Business Seite her siehst, ist das wie ein Marketing, wie, du schenkst es der Welt, du schenkst umsonst Inhalte, Content-Marketing, Content-Strategie, aber Geld verdienst du hinterher, durch Seminare, durch Online-Kurse, durch, 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 alles, was danach ist. Die dann nachher dort auch verkauft. Ja, das ist auch so ein Ding. Wir haben immer wieder versucht, auf diesen Events zu verkaufen. Das machen wir auch hin und wieder. Aber wir merken, die Leute, die kommen, sind gar nicht für diese Verkäufe in dem Sinne offen. Das heißt, wir sind im Prinzip darauf angewiesen, unsere digitale Liste aufzubauen und dann mit schlauem Content-Marketing, mit schlauem Online-Marketing die Leute dann online zu erreichen, nicht bei den Events. Du sprichst jetzt schon von Online-Marketing. Was sind so die Kernelemente, das euch oder auch andere Leute sehr erfolgreich macht? Also ich glaube, es sind zwei Bereiche. Das eine ist Marke. Also die Marke, Vertrauensvorschuss, die Leute, die bei uns reden, die kennt man. Also wenn du den Tobias Beck kennst, wenn du den Gerhard Hörhahn spricht bei Gedankentanken, das ist natürlich die ganze Zeit ein Vertrauens-Transfer, der auf die Marke Gedankentanken auch stattfindet, aber eben auch andersrum. Also mittlerweile haben wir so eine Bekanntheit, dass auch sehr viele sehr gerne bei uns sprechen, weil es eben Gedankentanken ist, was der größte deutschsprachige Speaking-Kanal im Netz ist. Also das ist so ein Hin und Her, das ist eine Art Vertrauensbooster. Danach allerdings machen wir ganz viel klassisches Anzeigen, Online-Anzeigen. Wir sind bei Facebook, wir sind bei Insta, wir sind bei YouTube und dann erschnallen die Leute schon, hey, das ist doch das Gedankentanken, das ist doch von denen. Und hast du dann eigene Online-Market in der Firma, hast du Agenturen? Das ist eine eigene. Wie sind die bezahlt? Wie stellst du sicher, dass du nicht abgezockt wirst? Oder zahlst du Deppensteuer? Also wir haben natürlich unsere Erfahrungen gemacht, haben aber strategisch einfach auf dem Schirm, wir wollen die Kompetenzen im Haus haben und wir sehen, das ist eine der größten Stellschrauben, die du hast für die Zukunft. Und ich sage mal so, vor drei, vier Jahren habe ich noch einen Überblick gehabt. Vor drei, vier Jahren wusste ich noch, was du so machst. Mittlerweile, das ist ja immer spezieller, es ist ja immer, immer, immer spezifischer. Das Wissen wächst da exponentiell in diesem Bereich. Ich habe gar nicht mehr den Anspruch, dass ich das verstehen möchte. Ich möchte die Ergebnisse sehen, ich möchte, dass die Teams gut funktionieren und wo du jetzt gute Online-Marketer herkriegst, das ist die große Herausforderung, das ist klar. Aber ich habe den Eindruck, da sind wir auf einem ganz guten Weg und ich bin sehr, sehr happy. Und das Team, das Online-Marketing-Team, also ich würde jetzt, also stell dir vor, wir sind etwas über 80 Leute, ich hause das einfach mal raus. Ich glaube, dass wir bis fast an die Hälfte machen, haben wir Menschen, die irgendwas entfernt mit Online-Marketing machen. Ja, ich meine, auch bei uns. Aber das Ganze hat erst richtig begonnen zu funktionieren, sehr gut, wie die Online-Marketer am Deckungsbeitrag beteiligt sind. Das sind ja bei uns Agenturen und Freelancer. Und natürlich auch die Mitarbeiter im Vertrieb stehen natürlich auch am Deckungsbeitrag beteiligt. und da strengt sich jeder noch ein bisschen mehr an. Macht ihr das aus? Nein, machen wir nicht. Wir haben eine ganz starke Firmenkultur. Die Leute, die zu uns kommen, die müssen Bock haben, bei uns zu arbeiten. Die sind ganz bewusst nicht umsatzbeteiligt bei uns, weil ich möchte keine Leute bei uns haben, die arbeiten wegen des Geldes. Ich möchte, dass die Leute bei uns arbeiten, wegen der Sache. Erklären wir mal ein bisschen so eure Firmenkultur. Wir haben ja beide recht lustige Firmenkulturen. Bei uns gehört zum Beispiel mein Hund dazu oder das Jahr des Kindes, wo viele Mitarbeiter auch Kinder bekommen und die spielen sich dann auch untereinander. Aber ihr habt ja auch eine sehr spezielle, weil es ja trotzdem echt viel gelernte Investmentbanker und daher etwas kapitalistisch. Ja, ja, durchaus. Das Kapitalistische verstehe ich. Das ist klar, am Ende des Tages müssen die Zahlen stimmen. Da sind wir, glaube ich, vollkommen d'accord. Aber die Kultur ist bei uns wie, also ich möchte das so sehen, für mich ist es fast ein bisschen wie so eine Utopie. Also da kommen Menschen gemeinsam ins Büro, die spielen miteinander. Und die haben Spaß. Da gibt es klassische, also das Ganze ist eingefasst in ein professionelles Firmenkonstrukt. Also wir haben Leute, die Konzernerfahrung haben, wir haben ganz klare Managementstrukturen, wir haben Reporting-Systeme, wir haben Zielvorgaben, also das ist alles sehr, sehr klar. Es herrscht andererseits eine komplette Transparenz durch, wie ich finde, ziemlich kluge digitale Kommunikationsformen und durch sehr, sehr viele Meetings. Aber der Kern unserer Kultur ist ein Kern der Anziehung. Also wir haben ganz klare Firmenwerte, die Leute mögen diese Firmenwerte oder sie mögen unsere Firmenwerte nicht und sie identifizieren sich mit der Firma. Und wenn du diese, wir nennen es Core Values, also unsere Core Values, wenn du bei uns anfängst, dann musst du richtig für diese Core Values brennen, sonst bringt das nichts. Zum Beispiel ein Core Value bei uns heißt, we own it. Also wir sind auf Englisch, mittlerweile wollen wir noch internationalisieren. We own it. Jeder, der ein Projekt hat, ist Besitzer dieses Projektes. Jeder, der, angenommen der Online-Marketer, wir merken es, wenn ein Online-Marketer beispielsweise jetzt nicht Bock hat, da mitzuarbeiten. Es geht nicht um einen 9-to-5-Job, es geht darum, dass die Ergebnisse stimmen. Wenn du jetzt zum Beispiel einen neuen Mitarbeiter einstellst, dann dauert das in der Regel ein, zwei Wochen und dann merkst du schon aus dem System, passt der zur Kultur oder passt der nicht zur Kultur. Oder ein anderer, unsere Core Values heißt no gedöns, kein gedöns, also kein, nicht irgendwie Aufwand betreiben für irgendwas, wofür es sich nicht lohnt. Also gedöns, eher so ein Kölscher Begriff. Wenn du jetzt jemanden hast, der überkritisch ist, Bedenkenträger, Leute, die kein ökonomisches Grundverständnis haben, die fallen relativ schnell wieder raus. Und auf diese Weise stellst du fest, dass das Team in sich funktioniert. Und es ist aber sehr viel Arbeit, dieses immer wieder aufleben zu lassen. Also was wir zum Beispiel traditionsgemäß machen, seit Beginn, wir fahren einmal im Jahr irgendwo hin mit dem ganzen Team, fliegen hier irgendwo hin, ziehen uns eine Woche komplett raus aus dem Geschäft, aus dem operativen Geschäft, dann ist nur ein wirkliches Rumpfteam noch da und dann wird an den Core Values gearbeitet, dann wird an Projekten gearbeitet, dann verbringen wir miteinander Zeit. Wir sind jetzt beispielsweise auf Mallorca gewesen dieses Jahr wieder. Im nächsten Jahr planen wir mit 140 Teilnehmern, wir haben jetzt schon einen Flieger gebucht, also einen kompletten Flieger und dann wird wirklich eine Woche lang sehr strikt gennt und sehr, sehr strikt gearbeitet. Aber das Ganze in einer schönen Ferienumgebung und wenn du dann miteinander abends schon mal zum Saufen gehst und mal so eine kleine Katamaran-Tour miteinander machst und dann Party machst, aber du weißt genau, das alles ist ein Arbeitssetting, dann entsteht so ein ganz spezieller Spirit. Also, das ist wie, ja, it's Liebe. Es ist einfach so, du magst die Mitarbeiter, die mögen dich, man mag sich untereinander, man hat wahnsinnig viel Kontakt miteinander oder auch so ein Ding, wir haben, glaubt man kaum, wenn du so wächst, ist es ja wichtig, dass die Leute sich alle kennen gegenseitig. Aber das findet bei so einem stark wachsenden Unternehmen halt nicht fest, nee, nicht statt. Das heißt, wir haben eine Kultur, wo wir die Leute dazu anhalten, dass sie sich privat treffen. Es gibt beispielsweise bei uns einen Channel, der heißt, kennen Sie das Slack wahrscheinlich, das Kommunikationsstool. So, wir haben einen Slack-Channel, da haben wir festgestellt, es müssen pro Quartal 777 erste Dates stattfinden von den Mitarbeitern untereinander. so, das heißt, 777 Dates und es gehört zum Job dazu, dass die Mitarbeiter sich in der Freizeit treffen und das dann dokumentieren und sagen, wir waren hier beim Essen, waren da unterwegs, haben das und das und das gemacht und dadurch ist diese ganze soziale Kit einfach extrem, extrem eng. Wie stellst du eigentlich sicher, wenn du neuer Mitarbeiter einstellst, dass sie ins Team passen? Hast du da irgendwelche Prozesse? Ja, es sind mittlerweile ganz viele Leute, die die anschauen. Also, wir haben im letzten Jahr haben wir, glaube ich, knapp 3500 Bewerbungen bekommen. Wir stellen wirklich nur das beste Prozent ein, was am besten passt und haben mittlerweile auch einen Personalchef, haben eine kleine Personalabteilung. Mittlerweile sind es drei oder dreieinhalb, die im Prinzip nur Personal machen und das sind mehrstufige Bewerbungsverfahren. Also, du meldest dich bei uns, dann wird erstmal geguckt, passt das, könnte das passen, könnte das nicht passen. Dann telefoniert man erstmal, das sind intensive Telefonate, also wir wollen schon wirklich wissen von den Leuten, wer sie sind und bevor die eingestellt werden, kommen die zu uns, machen mehrere Interviews, mehrere Interviews mit mehreren Leuten, dann sitzen auch immer mehrere drin und am Ende ist eine Konsensentscheidung, passt oder passt nicht. Und wie stellst du sicher, dass du, wenn du jetzt wächst und wächst, dass du nicht irgendwann bürokratisch wirst? Weil ein Vorteil von einer kleinen Struktur ist ja, dass du ein Schnellboot bist und unbürokratisch wirst und dann Spaß haben. Aber an einer gewissen Größe gibt es zu viele Regeln und dann haben die Leute keine Freude, eine Kreativität wird zerstört und da seid ihr jetzt sicherlich schon der Grenze, wo es schwer wird. Ich weiß und das ist eine der großen Herausforderungen, die du immer wieder hast, aber ich sag mal so, unsere derzeitigen Herausforderungen sind immer noch in dieser ganz schnell wachsenden Welt, Online-Marketing und sowas, wir müssen sowieso schnell sein. Agilität ist ein Teil unserer Core-Values und wer bei uns nicht in der Lage ist, von heute auf morgen mal schnell umzuswitchen und mal sein Denken zu verändern, der fliegt sowieso raus. Also du kannst dir unser Team vorstellen, also geht freiwillig, ich möchte nicht immer rausfliegen, sondern das passt nicht zu unserer Kultur. Wer bei uns der Meinung ist, er verwaltet einen Arbeitsplatz auf Jahre hinweg, das ist undenkbar. Aber du warst ja auch bei uns in den Räumlichkeiten, du hast ja so ein bisschen den Spirit gespürt, das ist... Ja, aber es ist trotz allem, wenn du auf 100 Leuten wirst du trotzdem... Ich gebe vielleicht ein Beispiel, du kannst den Hund mitnehmen, wenn du jetzt gewisse Anteil mit Mitarbeitern hast, kannst du sagen, okay, die Hunde verstehen sich, das kann man informell regeln, wenn plötzlich 10 Hunde im Büro sind und die bekämpfen sich, braucht es Regeln für den Hund. Wir haben einen Hund, einen Bürohund, der ist von Anfang an da, den zweiten, es gibt einen zweiten, der immer mal wieder ab und zu kommt, aber der eine ist der Platzhirsch, der bleibt so. Und die anderen nicht. Stellst du dir natürlich die ganze Struktur vor, du hast ein ständiges Feedback-System, wir checken alle Zahlen, wir reden ganz viel miteinander und es wird relativ schnell auch gesagt, das Projekt funktioniert, das Projekt funktioniert nicht und dann bist du gezwungen, schnell zu reagieren. Und werden auch die Leute laufend gerankt und so weiter? Gerankt nicht im Sinne von einem Wettbewerb, weil das trifft ja immer nur... Ich glaube, für Rankings, für Wettbewerbe, musst du der Typ sein. Es gibt ein ständiges Feedback, also wöchentliche Jure Fixes mit der jeweiligen Führungsebene, also es ist ein ständiger Austausch da zwischen Leitungsebene und den exaktiven und ausführenden Funktionen, so dass du eigentlich ständig im Austausch stehst. Und habt ihr das auch mit radikaler Transparenz, dass man den Chef sogar kritisieren soll? Das System einer radikalen... Wir bitten, wir bitten darum, wir bitten darum, definitiv. Du darfst mich kritisieren, also operativ ist bei uns der Alex viel mehr eingebunden, das ist mein Partner. Aber ich glaube auch, das ist ein Teil der DNA. Wer mich kennt, weiß, ich bin ein Augenhöhe-Typ, ich bin einer, der auch mal deutliche Worte sagt, im Prinzip immer ganz freundlich. Darf man in deiner Firma sagen, du bist ein Trottel, das hast du total scheiße gebaut? Scheiße, du darfst sagen, du hast scheiße gebaut, aber zu sagen, du bist ein Trottel, das macht man nicht. Aber scheiße gebaut, das kann man auch zu schäfer auch sagen. Definitiv. Scheiße gebaut darf man sagen, du bist ein Trottel, so typisch. Das ist persönlich. Das ist genau richtig. Also wir greifen niemanden in der persönlichen Integrität an. So wie es sich gehört, aber in der Sache darf es nicht. Inhaltlich darf man auch reden. Das ist bei uns auch so. Weil wir da auch nicht sogar in den Arsch treten. Man soll mich in den Arsch treten, wenn ich irgendwo dumm bin oder abhebe. Das habe ich meinen Mitarbeitern und Freunden auch immer gesagt. Vielleicht noch eine Frage. Wie ist es eigentlich einen Partner zu haben im Geschäft? Du hast ja das 50-50. Viele, wenn wir es mal der anderen Marktteilnehmer, haben ja die Sache ganz alleine. Manche haben auch Partner wohl gemerkt. Es gibt ja verschiedene Strukturen. Wie stehst du dazu? Also ich sehe es so, dass du relativ schnell wissen solltest, was du kannst und was du nicht kannst. Was sind deine Hauptaufgaben und was sind deine Nichtaufgaben. Für mich war relativ klar, mein Job bis zu einem gewissen Punkt, ich bin inhaltsgetrieben. Ich liebe unsere Branche, ich liebe das, was wir inhaltlich machen. Ich merke aber, bis zum Wachstum von so acht Leuten oder sowas ging das noch irgendwie, dass ich hier noch den Chefhut aufhabe und Seminare konzipiere und Vorträge mache durch die Gegentreise und sowas. Aber dann wird es anstrengend, weil du kannst nicht gleichzeitig, also zum Beispiel mich kann ich gleichzeitig ein Unternehmen führen, so wie es richtig geführt werden müsste, mit allem drum und dran, und mich gleichzeitig um meinen Kram kümmern. Bedeutet, ich kam an die Stelle, wo ich einen Geschäftsführer gebraucht habe oder einen Manager, der die Prozesse, der das operative Geschäft übernommen hat. Und ich habe Alex kennengelernt als Student bei der German Speakers Association. Der hatte vorher mit Robert Betz seine Geschäftsführung gemacht. Wir haben uns beschnuppert, fanden uns, glaube ich, ganz gut. Und ich glaube, die spezielle Herausforderung ist, du musst jemanden haben, der wirklich brennt und intelligent ist und das ungefähr so ähnlich in deinem Sinne machen muss. Also wirklich, das muss jemand sein auf Augenhöhe. Auf der anderen Seite darf es aber kein Ego-Spiel zwischen den Leuten. Ja, aber da ist ja dann da oft das Problem, wenn du jetzt sagst, du hast jemanden, ist er beteiligt oder ist er nur angestellt? Ja, genau. Also am Anfang war es eine Anstellung und dann ist er Stück für Stück. Und wie viel Beteiligung hat er jetzt? Fast schon 50 Prozent. Aber gibt es nicht dann genau, bei der Beteiligung gibt es immer auch. Wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, er hat eine 50-prozentige Beteiligung, aber es ist einfach so ein Westing-Modell, wo du einfach Monat für Monat sozusagen dir wirklich das dauerhafte Bleiberecht hältst. Wobei, da sind wir jetzt sozusagen nochmal eine Stufe weiter. Dadurch, dass wir einen Investor bekommen haben, Holzbrink Ventures ist bei uns mit eingestiegen, die an unser langfristiges Geschäftsmodell glauben. Und das heißt, wir haben jetzt hier noch einen weiteren Spieler mit an Bord. Und mir geht es im Prinzip bei all dem, was ich mache, deswegen auch ursprünglich der Gedanke, mir geht es nicht darum, die Marke Stefan Friedrich oder den Zampano Stefan Friedrich groß zu machen. Mir geht es darum, in einem sehr spannenden Marktsegment einen langfristig gut funktionierenden Player zu entwickeln, weil ich über diesen Player Inhalte in die Welt rauspusten möchte. Das ist die Grundidee. So, und dann erübrigt sich auch relativ schnell die Frage, bist du ego-getrieben oder nicht? Weil sobald ich merke, oh, jetzt will ich Geld, oh, jetzt will ich, dass es funktioniert, jetzt will ich auf der Bühne stehen, in dem Moment beschränke ich meine eigene Unternehmensentwicklung, weil ich die Kernwerte aus dem Blick lasse, weil der Kernwert ist ja immer der Nutzen für meinen Kunden, der Kernwert ist ja immer Nachhaltigkeit, der Kernwert ist ja das, was wir inhaltlich machen wollen. Würdest du eigentlich mit einem Gründer raten, das mit einem zweiten zu tun, so wie bei dir, oder lieber alleine? Ich würde einem, das kommt auf, pass auf, bei Gründern würde ich von zwei Typen unterscheiden. Ich würde den Singe-Gründer unterscheiden von demjenigen, der ein Unternehmen aufbaut. Also der Einzelselbstständige beispielsweise, dem würde ich sagen, bleib allein. Bist du Berater, bist du irgendwie, hast du irgendeine Einzelkompetenz oder irgendwas? Da würde ich sagen, so viel wie möglich allein, allein nur deswegen, weil man selber in der Verantwortung steht. Und meine Erfahrung ist, es gibt in Zweierteams oder Dreierteams ganz häufig einen, der sich so ein bisschen tragen lässt vom anderen, oder der so in zwei, drei Bereichen so ein bisschen mit gebremstem Schaum geht. Das darf nicht sein. Ich glaube, wenn du eine Einzelselbstständigkeit hast oder ein Geschäftsmodell, wo es um dich persönlich geht, dann gib am Anfang erst mal Vollgas, mach alles alleine, dann kannst du immer noch Assistenten holen und so weiter mit der Zeit. Das Zweite ist, wenn es dir um eine, um eine, um ein Geschäftsmodell geht, um ein Business geht, ein klassisches Ding, klassisches skalierbares Business, ja, wo nicht du das Nadelöhr im Unternehmen bist, dann habe ich nichts gegen Partnerschaftsmodelle, ja, dann habe ich auch nichts dagegen, wenn du Investoren holst und so weiter, dann hast du ein Startup, aber dann denkst du von vornherein in den Unternehmensstunden. Wie ist es eigentlich so, mit einem Investor zu dealen, weil das ist ja auch eine sehr, sehr heikige Sache. Dann müssen wir den Alex jetzt hierher holen, der Alex hat hier den Hauptteil übernommen, aber ich glaube, so heikig war es gar nicht, weil es war bei uns insofern angenehm, als dass der Investor auf uns zugekommen ist und nicht wir auf den Investor, weil wir haben organisches Wachstum seit Jahren. Wir haben, glaube ich, auch bewiesen, dass wir es können. Das heißt, normalerweise baggerst du bitte, ich habe eine geile Idee. Ja, aber das ist sofort schon falsch. Also wenn du einen Deal haben willst, musst du das wie beim Dating machen, ich habe kein Interesse und den anderen kommen lassen. Das ist Klassiker Nummer eins. Genauso, wenn du eine Immobilie kaufst oder eine Firma kaufen willst, sagst du immer, nein, nein, nein. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Also insofern, unser Investor hatte jetzt nicht das Gefühl, irgendwie in zwei Grünschnäbel zu investieren. Der wusste, was wir können, aber es ist einfach die Frage der Opportunitätskosten. Du kannst organisch wachsen, dauert es halt länger oder du kannst halt Kapital mit aufnehmen und kannst sagen, okay, da haben wir jetzt ein bisschen Spielgeld und können jetzt hier noch ein bisschen schneller. Hast aber natürlich dann auch natürlich weniger Freiheit, musst denn Rede und Antwort stehen. aber dieses Rede und Antwort stehen ist ja nur dann problematisch, wenn du das System nicht eh schon aufgebaut hast, weißt du? Also, wenn du nicht eh schon deine Reportings hast, wenn du nicht eh, ich glaube, das dankt auch sehr viele Scheitern am Wachstum, dass du zu spät anständige Verträge machst, dass du zu spät die Strukturen glatt ziehst, dass du zu spät professionelle Management-Strukturen machst. Weil wenn dann der Investor kommt, dann ist es ein Stresshort. Der sagt dann von draußen, dann musst du hier nachbessern, dann nachbessern, dann nachbessern, dann das, 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 das. So, aber wenn der Investor kommt und sagt, geil, das hat der gemacht, das hat der gemacht, das, 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 es funktioniert schon. Ja super, dann gebt mal Gas. Wer hat von euch die Beteiligungsverträge verhandelt? Alex. Okay, das heißt, da ist tatsächlich die Partnerschaft gelebt. Der Alex macht alles Kaufmannische und du bist der Bühnensau. Ja, die Bühnensau. Alex macht auch sehr gute Vorträge, das ist schon so. Ich würde jetzt aber nicht sagen, ey du, das ist ganz klar, Alex liebt das viel mehr. Alex, das ist seine zweite Heimat, wenn Menschen zu kommunizieren, auch ein Beispiel, ich könnte kein Management, nicht deswegen, weil ich es technisch nicht könnte, weil es mir einfach tierisch auf die Nerven geht. Weil du musst ja ständig im Büro sein, du musst ja, du musst ja Meetings machen, du musst ja offen sein, du musst ja ständig die Dinge vorantreiben, du musst ja Projektpläne machen, du, das ist überhaupt nicht meine Welt. Ja, ich kann das nicht. Ich will ein Buch lesen, will Seminare halten, ich möchte mich mit Menschen live treffen, möchte meine Vorträge halten. Und wenn du das verstanden hast, ich glaube, darum geht es, dass du in so einem partnerschaftlichen Modell, wenn zwei Leute wirklich gut sind, das ist wie eine Ehe, weißt du, muss jeder das machen, was er am besten kann. Und dann musst du dich aufeinander verlassen und dann reibt man sich einander, es gibt häufig auch positive Reibung und dann wächst du miteinander und dann klappt das. Genau, ein ganz anderer Punkt. Es ist ja so, dass derzeit gerade in diesem, nehmen wir es mal, alternative education markt, der sicherlich derzeit sehr stark wächst, vor allem in den Dingen wie Yoga und Mindset und ähnliches, immer stark wachsen. Und meine Meinung ist immer, viel davon ist ja reiner Bullshit. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, das ist glaube ich eine andere Meinung, aber ich glaube, am Anfang deiner Karriere musst du was können, fleißig sein und wirtschaftlich solide. Und das Mindset kommt dann, wenn du schon mal was erreicht hast, dadurch, dass du dann die richtige Richtung findest. Aber wieso gehen die Leute, jetzt alle zum Mindset-Trainern, die nur sagen, du umarm dich und denke positiv. Das macht dich doch weder wirtschaftlich erfolgreich noch reich. Ich würde das jetzt gerne, ich würde das jetzt gerne so ein bisschen versuchen, auseinanderzufuddeln. Also erstmal, umarm dich und habt euch lieb. Das ist natürlich jetzt eine spezielle Art. Das ist ein spezieller Stil. Ich glaube, dass du von Anfang an ein sehr spezielles Mindset hattest und dass du von Anfang an auch schon, wahrscheinlich als Schüler schon gesagt hast, ist klar, ich will Kohle verdienen, ist klar, ich will meinen Weg gehen, ist klar, ich will dies und jenes. Das heißt, du hast vermutlich eine sehr positive Grundkonstellation da schon gehabt. Ich stelle fest, das ist auch in meiner beruflichen Erfahrung vorher, ich habe Medizin gemacht, ich habe Psychotherapie-Ausbildung gemacht und so weiter. Ich stelle fest, sehr vielen Menschen fällt genau das schwer. Und deswegen glaube ich unheimlich an diesen Mindset-Markt. Ich glaube, dass es gut ist, sich zu finden. Ich glaube, dass es gut ist, sich damit zu beschäftigen, wer man ist, was man kann mit positiver Psychologie, weil wir da alle irgendwie so ein bisschen nachholbedarfen. Ja, ich glaube ja, dass die viele Leute einfach nur an Faulitis leiden. Viele brauchen nur ein Stritt, ganz bewusst gesagt, ja, und viele brauchen jemanden, der sagt, okay, mach was und streng dich an. Das ist das Einzige, vor allem am Anfang der Karriere. Und das hilft auch nicht, das Mindset und die Selbstfindung hilft genau der Null. Wenn jemand faul ist, wird er faul und arm bleiben. Also ich sehe es so, ich habe zum Beispiel auch ein Coaching-Programm, um das zu entwickeln, was ich jetzt gerade sage. Die Frage immer, warum sind die einen faul und warum die anderen nicht? Ich habe die, weißt du, es gibt zum Beispiel Menschen, die sagen, ich brauche Ziele im Leben. Du hast sicherlich Ziele, aber ich vermute, dass dich die Ziele nicht antreiben, sondern ich vermute, dass du schon immer so warst, wie du bist, weil du etwas tust, was du als zutiefst richtig empfindest. Ja, da widerspreche ich ja teilweise. Bei mir waren zwei Dinge, sicherlich, und das sehe ich auch bei sehr vielen Leuten. Wenn ich die Leute frage, was willst du machen, wissen die Leute meistens gar nichts. Also ich weiß es nicht, am besten das Leben wird schon richten. Und so kannst du nicht erfolgreich sein. Es ist ganz einfach. Auf der anderen Seite, mir war klar, immer was ich will, klare Ziele, das ist Lektion 1 bei mir, weiß was du willst, nicht leichter, wo hinzukommen. Und Nummer zwei, viele Leute am Anfang haben das Leben sogenannte Pain-Points, irgendwas was sagen. Bei mir war klar, ich fahre keinen VW-Golf so mein Vater. No fucking way. Ich muss jetzt mal einen fahren, weil Tesla so schlecht ist. wenn ich das Kundenservice hatte, da sei mal dahingestellt, aber no fucking way. Mir war klar, ich will mich nicht ums Geld kümmern müssen. Ich will nicht zu Hause arbeiten. Lass mich da jetzt auf dieses Modell, weil das ist genau das, was ich meine. Stell dir mal einen Kompass vor mit drei Kompassnadeln. Kompassnadel Nummer eins sind Ziele, Kompassnadel Nummer zwei sind die Konditionierungen, das was du tagtäglich tust, also einfach was dir leicht fällt, weil du das gelernt hast. Kompassnadel Nummer drei ist der Sinn, den du selber hinter irgendwas siehst. Warum sind die meisten Menschen faul oder kommen nicht an ihren Zielen an? Weil ihre Ziele nicht zu diesen anderen Kompassnadeln passen. Also Beispiel, die Leute wollen fünf Kilo abnehmen, das ist ein Ziel. Jeder weiß, wie es geht, weniger fressen, weniger Zucker, weniger Taufen, weniger und so weiter. Warum machen sie es trotzdem nicht? Oder nur kurzfristig? Weil der ganze Körper sagt, ich will aber mein Schnitzel, ich will aber mein Bier und ich will meine Schokolade. So, warum? Und jetzt die dritte Kompassnadel ist die Sinn-Kompassnadel, weil möglicherweise ist das Essen für dich einfach Spaß. So, oder du isst aus emotionalen Gründen, um Frust abzubauen oder du säufst halt dein Bier, weil du halt ein scheiß Leben hast oder so. Das heißt, was du eigentlich machen musst, du musst zuerst mit der Sinn-Kompassnadel anfangen. Warum machst du es? Wozu machst du es? Wer bist du? Dann musst du daraus hin wegen Verhaltensweisen entwickeln. Das kann jetzt beispielsweise sein Disziplin oder das kann sein Durchhaltevermögen oder das kann sein, wie auch immer. Und entlang dieses Weges erreichst du die Ziele. Und das ist etwas, was die erfolgreichen, glücklichen Menschen in der Regel genauso machen. Also die haben ein inneres, festes Wertekonzept in dem Sinne, ich fahre doch kein Golf, ich will Geld verdienen, es ist doch scheiße, wenn du das anders machst, ich will frei sein, ich will... So, darauf hast du Verhaltensweisen aufgebaut. Diese Verhaltensweisen heißt, ich mache meinen eigenen Job, ich werde Investbankbanker, ich mache Erfolge im Leben und so weiter. Und darauf hast du jetzt deine persönlichen Ziele gesetzt. So, wenn ich mir nicht erfolgreiche Menschen anschaue, dann haben die eine Kompassnadel mal in die Richtung, mal in die Richtung und mal in die Richtung. Und dann dreht sich das und nach außen sieht das aus wie faul, frustriert, hat keine Ahnung im Leben, weiß nicht, worauf er vorankommt. Und genau das ist derzeit, das ist meine derzeitige Hauptentwicklung. Ich habe ein Coaching-Konzept gemacht, wo ich Leuten 99 Wochen lang sozusagen an die Hand nehme und ihre inneren Kompassnadeln sozusagen tariere. Und das ist ziemlich spannend, weil mich hat das auch immer genervt, Gerald. Ich kann keine Schnarchnasen ertragen, ich kann es nicht ertragen, wenn Menschen rumjammern, ich kann es nicht ertragen, wenn Menschen keine Richtung haben oder mal hierhin gehen und dahin gehen. Und ich stelle gerade fest, durch dieses Coaching-Konzept von uns, das ist ein reines Online-Training, gibt ein paar Touchpoints in der Realität, also es gibt Coaching-Calls und sowas, aber das Online-Training an sich ist schon ausreichend, dass Menschen sozusagen an die Hand genommen werden und wir Schritt für Schritt die Kompassnadeln so drehen, dass Menschen sagen, geil, ich gehe in eine Richtung. Darf ich jetzt etwas ganz provokant sagen? Ist das nicht einfach Wohlstandsverwahrlosung? Das ist beispielsweise in Ländern, wo die Leute noch nicht so viel haben. Ist das nicht der Fall, auch in meiner Jugend war es nicht der Fall. Geht es nicht einfach, dass die Leute mal einen Ohrschritt brauchen und das war es? Weil ich, also das ist meine Meinung, so viel denen ist einfach, weil man heute, nehmen wir es mal, sehr viel Wohlstand hat und auch die Kinder immer mehr von ihren Eltern leben und man darf nicht mehr in der Schule sagen, du kannst nichts und du bist faul und streng dich an, die sind alle nur mehr eingeweicht in teilweise in sogenannten Safe Spaces und lauter Blödsinn. Ja, sicher. Und deswegen, da zahlen sie nichts mehr. Und die Leute brauchen einfach wieder einmal entweder eine gewisse Härte, dass sie mal kämpfen müssen. Und dann, glaube ich, erübrigt sich der ganze Rest von selbst. Das wäre zumindest meine Meinung dazu. Also, ich habe zwei Seiten in mir. Die eine finde das sehr sympathisch, was du gerade sagst, weil natürlich Wohlstandsverwahrung... Verwahrloser. Ich nenne es das mal andersrum. Ich glaube tatsächlich, dadurch, dass du sehr vielen Kindern in der Erziehung Druck wegnimmst, Helikoptereltern überbetütteln, dass du Leute nicht dazu erziehst, dass die... Andersrum. Ich glaube, dass du Kindern beibringst, dass sie eine Anspruchshaltung ans Leben haben. Also, dass Kinder sagen, ja, ich habe ein Recht, dass ich mal in Urlaub fahre, ich habe ein Recht auf das, ich habe ein Recht auf das und das und das und dann stellen sie in der Realität fest, oh, die Realität, die ist aber härter. Ich muss ja kämpfen, ich muss ja, ich muss es selber leisten und sowas. Und dann kommen wir in was, was du Wohlstandsverwahrlosen kannst. Und das Zweite, was auch noch dazu kommt, sehe ich am Spielplatz. Ich meine, du weißt, ich habe einen Sohn, der mich heißt Liebe, aber da gibt es manche Eltern, wenn halt Kinder mal ein bisschen raufen und so weiter, sagen die Eltern, das Kind nur Hilfe und die Eltern nur Hilfe, wo sind wir? Sorry, ein Kind blickt halt um und Kinder rangeln sich, wo sind wir, in welcher Welt? Einfach nur, nehmen wir es mal, postindustriell und getrieben teilweise von Faulheit und Wohlstandsverwahrlosung. Und hier stell dir vor, du hast solche Leute, dann habe ich, ich kenne es ja immer wieder bei Coaching, ich kenne Leute, die sagen, ich sehe den Sinn nicht, die spüren sich nicht, die wissen nicht, die brennen für nichts. Ja, dann sage ich, da nehmen wir alles Geld weg und sagen, das sind teilweise auch die Eltern schuld, wenn du sagst, okay, du hast halt nichts, dann kannst du den Sinn schnell finden, weil die ganzen Leute, die von uns sind. Dann ist der erste Sinne, dann ist der erste Sinne, wenn die überleben wollen. Ja, das meine ich aber, das heißt, es geht ja nur darum, die sind zuviel im Wohlstand gebettet, weil die wollen dann auch auf Urlaub pflegen, sie wollen zu nichts hacken, sie wollen auf Urlaub pflegen und sie wollen Bio essen, alles mögliche. Ich sage, okay, gibt es kein Geld, dann steige ich mal an und dann schau mal, wo es bleibt. Sonst gibt es nichts mehr Urlaub und sonst gibt es nichts mehr gutes Essen, weil das ist die, ja, ich weiß nicht, hin und her, aber den Wohlstand wollen alle haben. Ich verstehe, aber selbst, wenn die Leute da sind, haben die immer noch keine Ahnung, also wir haben kein System, wo Menschen beigebracht wird, wie sie unternehmerisch tätig sind, wir haben kein System, Schulsystem, Ausbildungssystem, wo du finanzielle Bildung beigebracht bekommst. Kein staatliches, aber es gibt Systeme wie oder Badass. Das ist klar, aber das ist ja einer meiner Antriebe. So, und wenn ich jetzt aber wieder ganz nach innen gehe, dann geht es wieder um diese inneren Stellschrauben, weil angenommen, du weißt, die wird das Denken ja abgenommen, die Eltern sagen dir, was du zu tun hast, der Kindergarten, die Schule, dann die Ausbildung und die Uni und dann bist du, wenn es dumm läuft, irgendwie Ende 20 und hast noch nie, noch keinen einzigen Tag in deinem Leben gearbeitet und hast wirklich gelernt, worauf es ankommt. So, und dann stehst du in irgendeinem System und dann sagt dir der Chef, jetzt mach das, jetzt musst du hier das und das und das und das und die Leute sagen, ja geil, am Ende des Monats kriege ich ein bisschen Kohle überwiesen, Dankeschön für den Job. So, und dann bist du genau in diesem scheiß Hamsterrad, von dem du sprichst. Während, wenn du es jetzt Stück für Stück die Leute rausführst aus dem, also indem du sagst, okay, wer bist du, wo sind deine Stärken, was willst du wirklich, was willst du nicht, dann sind wir bei dem, womit du schon gestartet bist. Ja, aber glaubst du wirklich, dass das hilft, dass die Leute einfach mal mehr Härte, ja, das ist mein Zugang. Es gibt glaube ich zur Hörigkeit, wenn die Leute gibt es wieder Härte und sagen, verdiene dein Geld, sonst hast du halt nichts, sonst lebst du halt von Brot, von Wasser, kannst du ja auch leben oder alternativ, hakel was, streng dich an, dann hast du was. Ich glaube, dass du die, dass du die guten Voraussetzungen hast, dass du nicht nur wusstest, was du wolltest, sondern auch von vornherein die richtige Auswirkung hast. Ja, was auch mein Sohn soll, ich sage, das ist ja, wenn der Sohn hergeht, ja, ich habe Ansprüche, ja, okay, Brot und Wasser, ja, dann ist der Papa nun mal ein. Du kannst beim Papa arbeiten, du kannst vorhanden arbeiten, du hast mehr als viele andere, aber auch wenn ich jetzt mit Anspruch denke, ich liebe meinen Sohn, heißt, aber ich glaube, ich würde sogar einen Fehler machen, wenn ich ihn überhaufen würde. Ja, das ist wohl nicht sogar überzeugt, der muss, es ist auch bei Kindern aus wohlhabenden Familien, die die Kinder zu sehr verwöhnen und verweichlichen, aus denen wird allen nichts und die Kinder, die gestählt sind, die nach New York geschickt werden und dort nochmal geschliffen werden oder nach Silicon Valley oder nach Hongkong, vielleicht jetzt nicht gerne nach Hongkong, aber jetzt gerade, aber ich sage mal, aus der Kinder wird was, weil es geschliffen werden, ein Diamant muss geschliffen werden. Ich verstehe, was du meinst, ich glaube, dass jemand, der sich selber schleift oder jemand, der weiß, wofür er sich schleift oder wofür er geschliffen wird, dass das die reifste Person nicht kann. Ja, das können auch schon die Eltern, die Frage der Eltern auch schon am Anfang. Aber das hieße ja, dass die Eltern wissen, was das Kind will und was das Kind ist und dann sind wir ganz schnell bei sehr, ich nenne es mal in den Bereichen psychische Übergriffigkeit oder dass du als Elternteil deinem Kind etwas überstülpst, was es nicht ist. Ich sage nicht überstülpen, das Kind kann ja zum Beispiel, es geht ja nicht um die Branche oder was auch immer, nur einfach zu sagen, ja, ich tue das Pimpern und Verweichlichen, aus dem wird nichts und das halte ich für einen großen Fehler unserer Gesellschaft. Pimpern und Verweichlichen, also ich bin ein großer Freund von Ehrlichkeit, von Feedback, von das kannst du, das kannst du nicht, also das ist richtig, die Frage ist, manchmal macht der Ton die Musik, ich könnte Geschichten erzählen, wo Eltern ihre Kinder schwerst traumatisiert haben durch zu hohe Anforderungen oder zu Anforderungen, die nicht zu ihnen passen, also ich glaube einfach, dass man im Einzelfall gucken muss, wo ich dir hundertprozentig recht gebe, ein Verweichlichen, eine Anspruchshaltung entwickeln, ohne einen grundsätzlichen Leistungsgedanken, das funktioniert nicht und meine Meinung ist, den Leistungsgedanken, den tragen wir sowieso alle in uns, nur der ist häufig versteckt oder wir haben nicht hingeguckt oder wir haben Orientierungsschwierigkeiten und je klarer du selber weißt, wer du bist, desto weniger brauchst du von draußen den Arschtritt oder die Zuckerbrot. Ich glaube, ich stimme da nicht ganz überein und ich glaube, es wird sogar noch in der Zukunft, was sagst du zufolge in einem Statement, die Leute, die heute verweichlicht sind, die heute faul werden und ähnliches, und da gibt es halt viele, aus denen wird folgendes passieren, die werden, was heute in China der Fall ist, in einer Augmented Virtual Realität, von einem Algorithmus kommen, da wird die Leute manipulieren, in eine virtuelle Welt beamern, wo alles sehr schön ist, wo sie hundertprozentig manipuliert sind und ihre Freiheit vollkommen aufgeben und die großen Konzerne, egal wie sie alle heißen, Google, Amazon, Apple und noch natürlich die chinesischen Counterparts, die sind noch etwas weiter, werden daran prächtig verdienen und die Welt wird noch mehr aufgeteilt werden, weil unsere gesellschaft fallende Westliche die Menschen nicht zur Eigenverantwortung erzieht, zwischen denen, die die Algorithmen verstehen, programmieren und besitzen und denen, die keine Richtung haben und von den Algorithmen gesteuert und manipuliert werden. Was sagst du dazu? Ich kann dieser Aussage zu 80% zustimmen. Ich glaube, dass es eine Grundsensibilität dem Thema gegenüber gibt. Ich glaube, dass die nicht allzu sehr verteilt ist, diese Grundsensibilität, deswegen sind die 20%. Aber ich glaube, in gewisser Weise haben wir sowas ja immer schon. Aber nicht in der Extremität. In der Extremität sind wir jetzt heute in völlig anderen. Aber schau mal, das ist ja schon je ein paar Jahre zurück, als wir aufgewachsen sind, die Medien, ein paar wenige Fernsehprogramme. Ja, aber wir halten nicht in dem Ausmaß. Schau dir mal das chinesische Social Credit System an. Das ist ja bereits Realität. Das ist pervers. Das ist vor allem pervers, weil es ist eigentlich dieses sozialistische Gedanke des Gleichschaltens, des Ausschaltens des Individuums ist ja eigentlich zur Spitze getrieben. Oder in China diese komplette Transparenz der Gesichtererkennung, wo du auf jeder Scheißstraße 30 Kameras hast, die tracken, wer wo ist. Da sind wir komplett weg vom Individuum. Ja, aber das ist genau die Gefahr, dass die Entwicklung geht ja mit rasender Geschwindigkeit voran. Und da wir gleichzeitig in der westlichen Welt in einer wirklich zum Teil wohlstandsverwahrlosten, verweichlichsten Safe Space Welt leben, sehe ich das leider als wahrscheinlichsten Outcome, wo natürlich die Freiheit der Menschen völlig abgegeben wird. Weil die Freiheit des Menschen bedeutet, dass man sein Gehirn trainiert, dass man weiß, was man will und dass man selbstständig Entscheidungen treffen kann. Und da sind wir wieder bei einem gemeinsamen Punkt, weil Freiheit bedeutet ja wiederum, dass du die Freiheit haben willst. Und Freiheit bedeutet wiederum, wenn du sie hast, viele, die ich kenne, die sind nicht gewöhnt, dass sie frei sind. Denen sagen, die Eltern, was richtig ist, was falsch ist, von klein auf, sind wir in einem System, wo jemand uns das Denken abnimmt. Und das ist genau der Punkt, wo ich dann wieder durch meine Arbeit ansetze und sage, Leute, schau mal, du musst jetzt heute nicht noch schon wieder eine Netflix-Serie gucken, du musst heute nicht schon wieder auf Social Media verblöden, stundenlang, du kannst dir selber die Dinge suchen in deinem Leben. Und da glaube ich durchaus, dass diese Reise nach innen, wenn ich Coaching-Programm sage, ich sage den Leuten ja nicht, was sie zu denken haben, aber ich möchte ihnen beibringen, wie sie denken. Und das sind natürlich so Dinge wie kritisch, hinterfragen, lass dich nicht manipulieren, was ist die Meinung von dir, was ist die Meinung von anderen. Und vielleicht haben wir unterschiedliche Lösungen. Ich sehe, was du meinst, aber für mich ist der Weg dahin die Selbsterkenntnis. Aber auf jeden Fall glaube ich, auch bei deinem Coaching-Programm soll es sich schaden, wenn jemand wie ich mal mit Stahlkappendogmatens reinkommt und den Leuten mal richtig in den Arschtritt. Damit es wieder ihr Gehirn aufwacht und damit es im Leben Gas geben wird. Das glaube ich wäre eine ganz gute Ergänzung. Bei deinen Büchern, wenn ich mich mit deiner Arbeit beschäftige, lache ich ohne Ende, weil was dich und deine Arbeit so charmant macht, ist dieses komplette Wegnehmen der, 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 ja, du bist nicht verweichert, du sprichst drauf, ja, der Arschtritt. Und ich finde es lustig, ich finde es einfach nur, ja, also insofern, hätten wir diese Ebene nicht gemeinsam, dann würde ich es glaube ich nicht hier hübschen. Das macht sehr Spaß, auch die verschiedenen Zugänge und ich sehe es ja auch bei meinem eigenen Sohn, ja, der David hat ja auch ein Spiel, Papa schnapp, das heißt, er will den Papa schnappen, aber, das heißt beißen, aber der Papa beißt manchmal auch zurück. Da versteht er? Ja klar. Das geht nicht nur in eine Richtung, ja, und so glaube ich, so müssen wir auch zukünftig die Menschen wieder verstehen, dass man was auf Gas gibt und dass man, dass sein Leben was macht, dass man kämpft dafür, ja, und nicht, dass man sich einlullen lässt in eine Wohlstandsblase, gedreht, was ist mit der Wohlstandsblase? Um das ganz konkret zu sagen, ich zum Beispiel, ich habe, meine Eltern waren beide Angestellte, mein Vater lebt nicht mehr, meine Mutter lebt noch, meine persönliche Perspektive aufs Leben war zum Beispiel, ich werde Arzt, ich gebe Gas, damit ich in der Uni schnell eine Stelle bekomme, Professor werde, dann Geld verdiene. Für mich war der Professor der Uni das Höchste in der Entwicklungsstufe. Ich habe sechs Jahre lang Gas gegeben beim Studium ohne Ende, richtig, richtig, richtig Gas gegeben. Am Ende des Studiums stellte ich fest, okay, jetzt habe ich zwar meine Promotion mit besten Noten, mein Studium beendet, habe meine Uni-Stelle, nebenher habe ich meine Beziehung ruiniert, Freunde weggeschickt, körperlich war ich nicht der Fitteste, es ging mir auf gut Deutsch scheiße, richtig scheiße und dann war ich mitten im System drin. Und weißt du was, was ich am Anfang verdient habe als Arzt und Praktikum damals? Nix. Achtung, halte ich fest, 2000 D-Mark brutto. 2000 D-Mark brutto. Am Anfang beißt deinem Schösser. Und weißt du, am Anfang weißt du, und ich weiß wie es ist, durch die Discounterläden zu gehen und die Pfennigbeträge beim Joghurt abzuchecken, so und dann so Einkaufsentscheidungen zu treffen. Der Punkt ist, ich habe damals nicht gewusst, dass man sich selbstständig machen kann. Ich habe damals nicht gewusst, wie Unternehmertum funktioniert. Ich hatte keinerlei wirtschaftliche Bildung. Null. Niente. Aber eine Sache, was schon der Fall ist und was ich auch dazu sage, die heutigen jungen Menschen haben mehr Chancen und mehr Möglichkeiten denn je. Wie ich noch in der Schule war, gab es nicht online eine Weiterbildungsmöglichkeit oder Gedanken tanken. Es gab auch kein Mental Capital und keine Business Angel Netzwerke und keine Mentoring Programme. Es gab es alles nicht. Der, der was erreichen wollte, hat es einfach gemacht. Und der es halt nett gemacht hat, war halt nicht da. Das ist ja heute immer noch so. Es gibt Leute, die machen was, die setzen um. Es gibt Leute, die machen es nicht. Worauf ich hinaus wollte, für mich kam das große Aha-Erlebnis danach, weil ich habe etwas gemacht, was sehr viele sich nicht trauen würden. Da bin ich im Nachhinein, das ist wahrscheinlich die größte Errungenschaft meines Lebens. Ich habe gesagt, Medizin, ich fühle mich hier scheiße, ich muss hier raus. Und ein Bekannter meiner Eltern, der hatte einen mittelständischen Textilhandel und der sagte, du, ich will jetzt irgendwie demnächst mal in Rente gehen, hast du nicht Bock, damit einzusteigen, dann kommt mich, stellte ich an, so erst mal Assistent der Geschäftsführung, dann wirst du stellvertretender Geschäftsführer, kannst doch mit Menschen umgehen und so weiter und hast Medizin studiert, du wirst meinen Laden, wirst du auch verstehen. Dann habe ich so ein Nebenstudium gemacht, BWL, also ich bin Betriebsviert IHK, sowas gibt es, und bin dann da rein und habe da das erste Mal begriffen, das erste Mal begriffen, damals war ich 29 oder 30 Jahre, dass es Menschen gibt, die unternehmerische Entscheidungen treffen, die dann sofort die Konsequenzen sehen, die keine Systeme brauchen, keine Manager, keine Rücksicht nehmen und am Ende des Tages Geld verdienen oder eben kein Geld verdienen, aber das Ganze eigenverantwortlich. Und ich dachte mir, ja wie geil ist das denn? Und warum muss man 29 oder 30 Jahre alt werden, um das zu schnallen? So, und das ist das Thema. Hätte ich damals schon zu Schulzeiten das gewusst, was ich heute weiß an einer Persönlichkeit, hätte ich damals schon festgestellt, ich habe einen Unabhängigkeitsdrang, ich habe eine sehr starke Dominanz, ich möchte die Dinge umsetzen, die ich will, ich brauche nicht so viele Leute, die mir Ratschläge geben, ich finde meinen Weg alleine. So, wenn du aber lauter Systemlinge um dich herum hast, die dir beibringen, sei schön brav innerhalb des Systems, jetzt brauchst du erstmal eine gute Note, dann brauchst du das und das, dann merkst du nicht, was du für Stärken hast. Also fühlst du dich ein bisschen als Außenseiter. Und als Außenseiter, ich damals dachte, ich wusste nicht, dass das geht. Und für mich war dann danach erst, mit 31, habe ich dann gesagt, du, pass auf, ich habe dich lieb, aber hör mal, ich muss mein eigenes Ding machen, du findest jemanden, der mehr Spaß hat, den Laden zu übernehmen und ab da hat endlich mein Leben erst angefangen. Und deswegen glaube ich, kann man durchaus sagen, heute mehr denn je, Durchschnitt ist scheiße. Average sucks. Und ich glaube, wir beide, auch wenn die Unterschiede, die Wege sehr verschieden sind, das macht es ja spannend, versuchen die Menschen zu zeigen, wie man eben nicht im Hamsterrad läuft, wie man seine geistige, unwirtschaftliche Freiheit behält und vor allem auch, wie man nicht eben im Durchschnitt des Hamsterrades läuft. Average sucks. Danke für das Gespräch, Stefan. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und Leute, gebt's Gas und macht's was aus eurem Leben. Jupp.